Musik Für das Jahr 2015 haben wir uns das Thema Transparenz auf die Fahne geschrieben. Transparenz der Logistikprozesse für unsere Kunden sichtbar zu machen und auch jederzeit mit unserem Tool oder mit unserer Lösung Control Tower in die Prozesse des Unternehmens eingreifen zu können. Warum sollten Sie eingreifen? Jederzeit, wenn etwas im Unternehmen schief gehen kann, sollten Sie als Unternehmer natürlich wissen, dass da was schief geht. Also wann, wo, was passiert bei den Prozessen, das können wir mit unserem Control Tower herausfiltern und den Unternehmern die Lage versetzen, dann zu reagieren. Das können wir erreichen mit unserer neuen Lösung Control Tower und das können Sie sich so vorstellen, wie ein Tower am Flughafen aussieht. Sie überwachen das gesamte Vorfeld, Sie sehen alles, was auf dem Vorfeld passiert und können jederzeit eingreifen. Das wünschen wir auch für unsere Kunden, dass die Kunden sich auch so einrichten können, wie es mit einem Tower funktioniert. Der Control Tower ist eine Lösung, die bei allen eingesetzten Softwaremodulen eines Unternehmens ansetzt, dort Messpunkte sich sucht, um dann anhand dieser Messpunkte zu sehen, ob die Prozessschritte innerhalb der geforderten Zeit und auch innerhalb der geforderten Qualität eingehalten werden. Wenn passiert das nicht, gehen Meldungen anhand eines Eventmanagers oder einer Alarmmeldung an die jeweiligen Stellen, um dann eingreifen zu können.